Wir spielen heute wieder Star Wars Battle von 2, weil ich einfach mal wieder Bock drauf habe zu spielen, logischerweise. Star Wars Battle von 2. Wir gehen wieder ein bisschen snipen. Oh, das war verkehrt. Ich hoffe, wir kriegen wieder Dinnens. Ich hoffe, wir bekommen jetzt wieder gleich eine geile Map. Also, ja, bis Kashi bekommen. Aber ich hoffe, wir bekommen nachher heute, im Verlauf des Tages, noch irgendwie die SD-Map. Die von gestern, wo ich als erstes war. Also gut, ich krieg's gerade nicht in meinem Kopf her, richtig zu machen. Wie ihr jetzt seht, habe ich das noch nicht weitergemacht, weil ich nicht betrügen werde. Ich werde alles immer an Leistung machen. Wenn ich was mache, dann mach ich's richtig. Außer bei dem war's mit dem TN50 anders. Aber auch nur, weil das einfach schwierig war. Also, das ist dann auch schwieriger. Das heißt, gehen wir irgendwo hoch. Ich wollte auf einer oberen Map sein. Kann man nicht noch höher? Ja, Mann. Oh, der hat sich gut gemacht. Okay, das war ein bisschen scheiße. Ich wusste nicht, wo der war. Geh raus, geh raus, geh raus. Oh mein Gott, du bist so dumm. Transporter am ersten Kontrollstube. Dich? 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 Ja, ich werde... Oh! Ich werde mit dem Zettel Vielen Dank. Hallo an den ersten Zuschauern. Ich bin jetzt wieder am snipen. Am schneipen. Ach man. Weiter, Rana. Wir gehen jetzt snipen. Weil ich ja versuche neue Waffen und Kurve freizuschalten. Da lohnt sich doch was hoch zu werden. Komm. Geht doch. Geht doch. Alles geht, wenn man's will. Einfach außen rum gehen. Das Ziv. Ich kann dein Stream bis 22.50 Uhr gucken. Äh. Ein Video schauen, dann muss ich schlafen gehen. Okay. So. Kannst, wenn du willst, ein paar Fragen stellen. Mist, ich weiß jetzt, was ich machen wollte. Ja, egal. Wenn du willst, kannst du ein paar Fragen stellen. Relife, wie auch In-Game oder Allgemein-Game. Ähm. Ich würde auch beantworten. Toll, dafür renne ich jetzt nach vorne. Ich schieße mich mal kaputt. 8 HP! Oh, bist du dumm. Danke. Oh, das ist das Scheiße, hier zu snipen. Das heißt, ich war shoppen gegangen, hab einen Nike-Unterhemd gekauft. Ein Nike? Was ist denn? Hä? Die Frage ist vielleicht immer nicht dämlich, ne? Vielleicht kenn ich's sogar. Oh, was ist denn Nike? Vielleicht kenn ich's sogar. Als. Ob. Als. Ob. Ich hol den es. Ah. Ja, komm, ich mach. Ich mach irgendwie alles gerade gleichzeitig. Kriegen die es nicht hin, das kaputt zu machen, oder was? Hä? Und war in ein Restaurant essen gegangen mit einem Meinung zu. Oh, ich renne mal weg. Das war's mal. Kommt das? Ja, komm, vielleicht kriegen wir's sogar mit dem Offizier. Was hab ich denn da für Karten? Oder ne, weil der hat... Okay, die ist auch gut. Ja, ich liebe dich. Oh, ich liebe dich. Oh. 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 Oh, ich muss weg. Was habt ihr denn gegessen? Oh, hätte ich den jetzt getroffen. Okay. Ich habe einen Ratspray. Hi Leon Wir haben ihn getroffen! MCT beschädigt! Nein! Oh Digga, ich komm gleich, ok Worin geht denn der immer aufs Klo, oder was? Nicht so gut Das ist die Mühe nicht wert Das erst macht das zu hoch, das ist jetzt Der FTT nimmt Schaden Oh, ich hab's nicht geschafft Oh, ich hab's doch nicht geschafft Ich dachte, ich könnte vielleicht abhauen Ich geh jetzt so lange, bis ich mein Dings hab Müsste ich mal den Helden hab Der fútbol wird auswählen Der fútbol, der fútbol Der fútbol Wer nehmt ich habe schluss mit Pommes gegessen und meinen Kumpel-Bürger mit Pommes, ok. Hey, das schmeckt ja immer mega geil. Hat das denn auch geschmeckt? Gut, dann gehe ich mal hier hoch und snipe. Da ist das hier. Hier gehts. Mein Kumpel hat das ganze Essen bezahlt. Du musst es nicht bezahlen, oder was? Oha, der Arme. Nein, Spaß. Ist doch gut. Aber das nächste Mal gibst du doch für ihn aus, oder? Nicht, dass er immer wieder ausgepft wird. Ich werde geholt. Ey, wisst ihr was? Ne, warte. Das kostet Geld. Ich muss dir nichts bezahlen. Ja, ja. Aber siehst du, gibts aber für ihn aus, ne? Oder? Weil es ist schon sonst irgendwie voll uncool, wenn er alles immer bezahlt und so. Fällt da oben. Oh, wir werden jetzt geholt. Ja. Yo. guns, ups. Das guck. Sind wir noch eingedaltbar. Hier sind die Dinge aus der eigentlichenítuloale Verhandlung, ons mówi你爐, Es ist auf jeden Fall gut, dass du dich nicht bezahlen musstest, aber... willst du für ihn deshalb das nächste Mal bezahlen haben... ...das nächste Mal? Weil er am Run zum Geburtstag nicht da ist, weil man Kumpel in Urlaub gehen. Achso, ok. Das war jetzt ein wenig dämlich, aber der hätte Probleme machen können. Komm, 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 komm. Vielleicht noch einen Boost. Ja! Geschützbereit! Mache Granateshau! Das war gut. Das war jetzt irgendwie so gut. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein, der ist Low! Der ist verfickt Low! Geil. Wenn nicht, ist es nicht lohnt, ne? Ich will einen Gegner killen. Kommt! Seid so gut! Ich geh in den F... einmal Menchies gleich vor. Das Blutvergießen ist sinnlos. Juggernos sind verloren. Wir gehen zurück und kämpfen direkt am Kreuzer. Er lobt sich das sogar noch. Oh! Sie werden die Treibstoffe gesprengen wollen. Vorne und hinten. Wir müssen sie endgültig zurückschlagen. Aber Moment. Ich muss mal kurz abhauen. Ich hab keinen Bock gleich sofort zu verrecken. Ich geh in den Winterferien nach Frankreich, nach Paris. Urlaub mit meiner Mutter. Ähm, Paris? Kannst du mich mit mir? Stadt der Liebe, ne? Du gehörst mir. Nicht dagegen ankämpfen! Unterwerfen euch! Ich habe zu viel Zeit verloren. Ich habe zu viel Zeit verloren. Ich habe zu viel Zeit verloren. Oh, echt genommen. Nein! 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 Ich krieg... ich krieg... ich krieg... ich krieg noch einen, oder? Nein! Aber ich hab vieles machen können. Hätte der nicht so oft... wie geilart. Du fliegst weg. Oh, ich hab dich getroffen. Oh, ist das verflügt? Ey, was bin ich so schlecht? Das ist so ein kleiner... Go, ne? Wenn ich da jetzt nochmal respawnen sollte, ne? Kriegt ja von mir so ein Headshot. Was hast du heute gemacht? Ich hab geschlafen. Ich bin gleich kurz am Ausrüsten. Das ist so eine Fotze, sorry, dass ich das beleidige, aber das ist so eine Fotze, ne? Fakten auf. Ähm, naja, ich hab keine Schule. Diese Woche, weil ich krank geschrieben bin. Ähm, ich bin nicht so krankgest... Also, man hört... Man, man... Oh, ein Moment. Man hört's nicht, dass ich krank... Äh, man hört nicht, dass ich krank bin. Ähm, aber ich bin, ähm... Ähm, nicht erkältet so. Ich... Ähm, ja man hört das nicht, dass ich krank bin. Ähm, aber ich war im Krankenhaus. Und ab und zu... Äh, uh... Und ab und zu, ähm... Ja... Jetzt, weil da finde ich gut, da habe ich Bauchschmerzen so richtig und so. Nein, das hat auch damit, ähm, mit dem Krankenschreiben zu tun. Ich war ja auch letzten Wochen in dem Krankenhaus. Ähm, ja. Auf jeden Fall nicht schön, dass ich... Was ich habe, so. Aber es... Es lässt sich aushalten. Ja, toll. Nur einen benötigten Spieler. Genau. Und dann sind wir auch noch weniger. Egal. Zudan geht, die stolz drauf sind. Ähm... Ja, egal. Mir geht es ja jetzt besser. Also, wie geht es? Gut. Ich sterbe jetzt auf jeden Fall nicht. Noch nicht. Ja, genau. Ja. Ähm... Genau. Aber 250 Euro, das ist halt ab vier... Ja. Ja. Ich habe nur gesagt, dass ich gerade Maus war und so. Da habe ich dir nicht gefällt. Da habe ich dir nicht gefällt. Da kann ich mir nicht mehr sein. Das muss ich mir nicht mal in Zin. Ja. Oh, ich hatte fast gehabt! Da kommt ein neues SIF hin. Ja, irgendwas kommt da hier hin. Wie lange wird der stream gehen? Weiß ich gar nicht. Der wird aber wieder lang gehen. So 2 Stunden oder so. Was sind heute die Spieler? Gute Spieler würden das noch nicht mehr zulassen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, die lassen sich ja was gutes machen. Ich bin mega an den Zielschreiber. Die Republik hat einen FDT beschädigt. Ionenschaden an einem Transportler. Das würde halt niemand, niemals jemand zulassen, ne? Wie ist die halt so alle Rassi hier jetzt gerade? Guck mal, die machen gar nichts. Okay, das war ich selber schuld. Schnellen kontaktieren. Ich weiß nicht, ich hab auch eh nur auf den Zielschuss. Und die Truppentransporter passieren. Kontrollpunkt drei. Etwa zwei Drittel der Strecke sind zurückgelegt. Schiff, schiff, schocken. Ich müsste es für dich haben. Wie ihr seht benutze ich sogar selten die Torpedos, weil die Torpedos sind. Wie ihr seht, wie ihr seht? 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 Oh, da denkt jemand, der kann sogar den Film nachmachen. Wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht? Wie ihr seht, wie ihr seht? Wie ihr seht, wie ihr seht? Wie ihr seht, wie ihr seht! Der ist gut. Ich denke der kann mich da reindringen. Du machst kein Ärger mehr. Hier ist verdammt die Punktesamme. Ich denke der Punktesamme. Ach nein. Ich denke der Punktesamme. 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 Ich hab das, die Mana. Ich hab das Mana. Aha. Das ist nicht so. Wenn das jetzt nicht so selten gehen würde. Ich bin vierter geworden, geil. Ich glaube ich bin zu gefünft. Entstanden, schade. Ach Mist, 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 Mist. Das war aber ganz gut von mir. Ich bin einfach vierter geworden. Ich weiß nicht wie viele Kills ich gemacht habe, aber ich bin vierter geworden. Auf jeden Fall gut. Reist nach Todesstern 2 für galaktischen Angriff. Ich bin einfach hier auf den Beleutel. Ein Moment, Laura. Ein Moment, Laura. Alle Einheiten, ein feindliches Schiff ist in der Station losgelandet. Die Rebellen lassen es zurück und kommen an Bord. Sie sind verwundet und verwirrt, aber sie sind im Todesstern. Ihre Ziele sind Sabotage und Flucht. Fangen Sie am Generator und der Kontrollstation des Traktorstrahls ab. Diese Bereiche dürfen keinesfalls fallen. Ach Leute, ich hasse sowas. Wenn man einfach ohne Grund hatet. Oh. Tut mir leid, Leute, dass ich es ganz kurz nicht mache. Aber ja. Generator beginnt mit der Abschaltung. Hallo. 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 Faktorsteuerungssysteme fallen aus. Faktorsteuerung wird angegriffen. Wir verlieren Sie. H Bewusstsein. Werfen Granaten. Was passiert noch in der Scheiß? Was passiert? Das war mein Bestand. Ist schon zu sein. Errate mal, wer wieder da ist. Hi, Leon. Wie geht's? Optische Prämisse, was hast du gemacht? Warst du aufs Klo? Wie geht's, wie steht's? Ja, es geht. Yo, genau. Ich war heute im Kino mit einem Kollegen mit Spider-Man anzusehen. Du bist einfach auf der Zahn rausgefallen. Echt? Oh, warum? Wir verlieren die Traktor-Steuerung! Wir verlieren die Traktor-Steuerung! Wir müssen verordnen! Juhu! Nein! Was für ein Spider-Man-Film? Ist schon wieder neu rausgekommen oder was? Oh, ich hab den getroffen. Ja, aber wenn es wird sich, hä, tut das nicht weh. Wo bist du hin, so nah? Wollte die Kelmen. Ey! Das ist doch mega geil. Was ein Sabrak-Tätowierer-Will verdient hat. Was ein Sabrak-Tätowierer-Will verdient hat. Wo, achso, wo es verdient hat. Ja, ich hab mich grad auch schon gefragt. Was meinst du damit? Ach, 4000. Oh, ich bin auf der bösen Seite. Ich dachte, der ist auf meiner. Karma. Karma ist da Bitch. Und jetzt den Turbulator außer Betrieb. Turbulator-Abschaltung läuft. In der Crew. Strike. Start überhoben. Turbulator bereit. Zu viel. Waut du 100 subs. Ja, ja, ich fahre doch auf, bis ich die hinkrieg. Haben wir's gewonnen? Ey, Leon, du hast grad grad was verpasst. Ich war vierter Platz. Auf der anderen Map. Kashiq Map. War voll cool. Ich bin nur geflogen. Toll. Oh, das ist geil. Das ist noch geil. Ich war ganz oben. Vierte Platz eben. Das ist mega geil. Warum schreibst du Road to 100 Subs? Ich habe doch nur 61, glaube ich. Ich habe bald hoffentlich wieder mal Zeit mit dir zu zocken. Oh, das wäre geil. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn du mal... Toxie da mit mir. Wenn mit dir macht es eigentlich Spaß. Hm, die macht Spaß. Hm, die macht Spaß. Aber nur weil er... Nur weil er Minecraft spielt, hole ich eventuell morgen Minecraft. Oder dann, wenn ich halt nicht mehr kann. Damit ich dann mit ihm Minecraft spielen kann. Weil ich so ja auch mit ihm zusammen zocken, weißt du. Alleine zocken ist irgendwie voll komisch. Ich meine, er ist jetzt hier alleine rum. Ich drehe da noch ein Headset rein. Und, äh, ja. Das ist noch nicht mega komisch. Wir sind in der Traktor-Strahl-Steuerung. Alle Systeme werden abgeschaltet. Spider-Man, Spider-Man, doze, whatever. A Spider-Can't shoot a weapon. Ich selbst... Oh Gott. Aua. Äh, Spider-Man, Spider-Man, doze, whatever, ass. Ich hole mir vielleicht das Spider-Man-Spiel auch irgendwann. Ich will noch so viel spielen. Und ich hab noch so wenig Zeit. Ich frag mich echt, wie die im Mittelalter das Spiel kommt. Ich hab voll schlimm gewesen. Es sind ja gewesen sein, ohne Technik und so. Das hab ich glaub ich grad irgendwann auch gehabt. Wir sind in der Traktor-Steuerung. Nehmen alle Systeme offline. Ich liebe den Todesstern. Ich frag ihn mal. Der ist ein Hans-Solo. Oh. Ich lasse die Tüge zu. Boah, du bist so eine Mist geworden. Boah, du bist so eine Mist geworden. Wir haben nicht viel Zeit und die Turbo-Laser-Materie. Ach, ihr noch etwas, ne? Ihr könnt eigentlich auch Fragen stellen, ne? Das hab ich vergessen reinzustellen. Mach ich nachher eventuell. Wenn ihr Fragen habt, egal was für welche, ob Spiele oder Realtime, 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 egal was für Fragen, man kann die stellen. Ich weiß nicht. Was für Spiele hast du auf deiner To-Get-Liste? To-Go meinst ich, glaub ich. Ne, To-Get. Okay, egal. Ich weiß, was du meinst. Ähm. Im Moment eigentlich nur Star Wars, Fortnite und Minecraft. Minecraft schau ich mittlerweile einen YouTuber, der heißt Abgegriffed. HD. Ähm. Kurzfassung auch Abge, oder, ja. Der ist ein mega geiler YouTuber. Feier ich auch. Ich guck den jeden Tag. Alle seine Videos. So weit es halt geht. Ah, Moment. Der wird verkackt. Du bist so eine Missgeburt. Oh Mann, sorry. Ähm. Star Wars, Minecraft und Fortnite sind die Spiele, die ich am meisten spiele. Das sind meine Lieblingsspiele. Minecraft, das habe ich jetzt nicht so aufgespielt, weil ich es ja nicht mehr so habe. Ich habe das ja verkauft jetzt, letztens schon. Weil ich keinen Bock hatte, das allein zu tacken. Ja. Aber es macht eigentlich Spaß, Minecraft so. Oh, davon mache ich auch mal Bärne 1. Oh, ich komme weg. Ich hole mir wahrscheinlich F1 halt was. Was heißt das? F1? Und, ähm, keine Ahnung, was noch. Ich weiß, wenn du mir sagst, was F1 ist, dann, oder ja. F1 ist das nicht mein Ding so. Aber, na ja. Also, jedem ist natürlich seine Sache, ne. Ähm. Jeder. Doch, du Missgeburt. Ja, jedem ist seine Sache. Ähm. Formel 1 ist, ist jetzt, für mich ist es nicht das Beste. Ähm. Ich habe früher Formel 1 geguckt. Formel 1 war früher mega geil für mich. Ich habe früher auch auf Autos gestanden, habe immer die Formel 1 Dinge gekauft. Äh. Die kleinen Autos. Und habe damit gespielt, so hin und her gefahren und so. Vollkommen kitschig war das halt nie. Ja. Ach man, ich brauche nur Leben. Ich hasse da, wie ein Formel 1 Fan. Ja. Da habe ich so ein, ähm, Teppich gehabt. Oh mein Gott, weiß ich, bin ich halt unten. Ähm, so ein Teppich halt, mit Straßen und so. Habe ich immer wieder gespielt, so, mit zwei Händen, also mit den Händen, die ich halt habe, das sind ja zwei, Logischweise. Ähm, da habe ich die Autos genommen und habe Rennen gespielt, Rennen gefahren, oder habe die einfach so mit dem Daumen nach vorne gedrückt und habe so gespielt. Das war voll cool. Sollte ich wieder machen, nein, Spaß. Ähm, ja. Jetzt bin ich mittlerweile kein Formel 1-Fan mehr, ähm, aber, ja, wenn es dann, wenn es dann, ähm, wenn es ein Spiel ist, was du magst, dann klar, holst du hier. Also, ich hole, ich halte dich nicht auf. Aber zugegeben, Formel 1 ist nicht dem mehr, was es einmal war. Ja, früher war es viel schneller, waren die viel schneller, waren die viel besser. Früher haben die nicht auch immer aus, früher haben die sich auch nicht so auf die Fresse gelegt, weißt du. Heute fahren die ja einfach nur in den Kreis, versuchen hier irgendwie, früher, 2018 war es so geil, also die Season, Saison, ja, ja, das weiß ich, das verstehe ich. Ganz früh, ne, so circa 1900 oder sowas, ähm, war das so, die haben so, ja, sind so, also, die haben auch überhaupt die überholt und so, ne, und heute Tage fahren die auch nur noch hintereinander, das finde ich, das finde ich voll unnötig. Ich meine, ich habe, ich habe sogar Formel 1, ich habe sogar ein Formel 1 Spiel hier, habe ich sogar bei mir zu Hause. Spielte ich noch nicht, weil es einfach unnötig ist. Warum soll ich ein Spiel spielen, was ich gar nicht spiele? Wenn ich die Schneifer, Schneifer habe, dann werde ich was schlieren. Ja, jetzt ist es nur noch viel, wie Mercedes gewinnt eigentlich fast immer gegen Ferrari Langeweile. Ja, Mercedes. Mercedes. Weißt du auch warum? Ich sage einfach nur Fake-Motor. Formel 1, die haben die richtigen Motoren drin. Du weißt glaube ich nicht, was ich meine, oder? Soll ich dann Zapra kommen oder dann? Oh, eine Sniper-Map. Die Lage ist voll. Wir wollten auf Jakku einen Droiden von den Schreuzsammlern kaufen. Eine alte und reale Einheit mit Daten, die wichtig für die erste Ordnung sind. Wir haben den Droiden. So weit, so gut. Aber jetzt landen überall Truppen der ersten Ordnung. Wir müssen sie bekämpfen, bis wir eine Exfiltrationrufe haben. Haltet den Landeplatz und die alte Reaktorkontrollkammer so lange wie möglich gegen die Truppe. Natürlich bin ich eigentlich immer Sturm-Truppler gewesen hier mit Sniper. Oh, ja, okay. Bist du gespannt auf Star Wars 9? Oh, ja. Den werde ich zu was und gucken. Sie sind im Reaktorkontrollraum. Wir verlieren ihn! Ich habe meine Frage an dich, Leon. In welcher Stadt wohnst du? Da kommt so ein kleiner Kopf. In welcher Stadt wohnst du noch? Wo bist du? Ah! Ich werde mir gleich die Premiere gönnen. Es kommt eine Premiere. Vorarlberg in Österreich. Kannst du mal noch Deutsche kommen? Ich dachte, dass ich hier auch so... What the fuck? Am Landeplatz wird's gerade heiß! Granate ist scharf! Aua! Kannst du nach Deutschland kommen? So Dezember-mäßig? So Dezember-mäßig? So Dezember-mäßig? So Dezember-mäßig? So Dezember-mäßig? So Dezember-mäßig, dass er mir rauskommt. So Dezember-mäßig oder so ist er mir auch zu wollen. Vergesst mich jetzt. Oder ist er. Ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, Herr Wann. Was für ein? Viele Truppen bei der Reaktorsteuerung, Rückzug, wir geben den Bereich auf. War kurz weg, was war, ich hab, hab ich was verpasst. Du hast einen Sniper verpasst von mir. Wenn jemand mich snipet, mich schnippt. Oh, die Gegner sind ja megaschlecht. Ich hab saubere Arbeit geliefert und wir gehen sehen. Hey. Das hat gepasst. Ja. Wir sind einfach so schlecht hier, die Leute. Verlassen wir diesen Schrottplatz. Verlassen wir diesen Schrottplatz. So, jetzt bin ich ein Sturmtruppler, jetzt kann ich viel besser snipen. Lord Jabba 7. 5 Kills, geil. Geil, 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 geil. Wenn ich den hab, ist so geil. Wenn ich den hab, ist so geil. Ich... Ja, 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 ja. Ich frau, ich bin ein Kind, Alter. Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich die jetzt auch so hole, indem ich jetzt einfach in ein Arcade gehe... Geht das denn auch? Lea, und wenn ich in ein Arcade gehe, ne? Und ich da Sniper kriege ich den dann auch, oder... Sniper ist geil. Sniper ist geil. ja ja tap 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 verpässe die torpedoes versteckt er wo Verlust ich das nicht mehr. Ich jetzt auch gleich, komm später wieder. Was streamst du denn jetzt? Star Trek 2, wenn ja, das wär geil. Auf Spaß, tschüss. Okay, ähm. Komische Antwort. Entschuldigung. Okay. Gute Wahl. Nee, kann aber leider gerade nicht Battlefront spielen. Ich mag... Nee, kann leider gerade nicht Battlefront spielen. Warum kannst du kein Battlefront spielen? Auf dem Handy. Ach so, du streamst auf dem Handy. Oder... Nix. Noch. Nix. Nix. Mittens. Ich kann nicht die Stücke Türen machen. Sie sind da. Ist es jünger? Das ist jetzt nicht das Ganze. Ich weile das Ganze. Nachschublager. Nehmt den Bereich ein und zerstreut ihre Truppen. Danach ergreifen und eliminieren wir sie. Noch 4 kills. Ich spiele Minecraft auf PS3 und auf dem Handy. Okay. Angriffsteam in Stellung. Ich der einzige, der hier hinten ist. Okay. Ähm, ja. Ist das gut? Nehmt den Bereich ein, sofort! Boah, dann mal Abmarsch! Spaß! Ja, ich verkenne dich, ich weiß. Ähm, ja dann, tschau ne? Viel Spaß! Vielleicht komme ich da sogar gleich in deinen Stream rein. Schau! Auf den anderenhang, ja, ich probier's. Wer für Kallarte! Wer mit Kallarte! Errobert die Ausgänge im Osten und im Westen. Die Truppen des Widerstands werden an unseren Marikaden scheitern. Und wir kriegen endlich den Ruin! Feuercrinn runter! Ah, der Pepper ist gut. 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 ich hab noch zwei killen oder ein killen ich darf noch ein killen ich darf noch ein killen überhaupt nicht dumm aus auf Granate kommt! Was schneiden wir? Oh! Ja, noch ein Kill würde ich sagen. Also noch ein Kill ist es. Oh, du bist nur ein Wichser. Und, ist es ein Kill? Ja. Ein Kill. Ein Kill. War das? Ein Kill. Muss ich machen. Das dauert so lange. Ich helde jetzt den Ostausgast. Jetzt kann ich flippen. Ausmachen. Null. Jetzt kann ich flippen. Ausmachen. Null. Placiert Sprengsätze an den Transportern und zündet sie. Hier entscheidet sich, ob wir es schaffen oder scheitern. Auf. Ich habe das. Ich habe diesen Pepper. Das ist ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Echt ohne. bestand. Bomm-Bombeshaft! Schiff an Backbord. Bereit zu Zerstörungen. Die Welt direkt zur Bombefolge. Abfangen und eliminieren. Letzte Aktivierungsequenz, Schiff an Backboard gleichbereit zur Sprengung. Okay, da war ich es gierig. Da war ich es sehr gierig. Ich habe eine Seite von zwei Leuten angegriffen. Komm, irgendeiner muss doch jetzt verrennen. Verrückt, verrückt. Loll. Komm, verrückt, bitte. Einfach mal verrückt. Ich will nur keine Wände. Wenn ich da Pferd kriege, dann ist da Pferd noch. Ja, ich weiß es nicht. Ja, der hat es gesagt. Oder Schüchel. Komm bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ich bin grad verreckt. Ich bin grad verreckt. Ich bin grad verreckt. Ich bin grad verreckt. Dann nehme ich dich. Ey, Digga! Ich drück drauf sogar. Nein, er hat's sogar gehört. Sind wir im Transporter am Steuerbord? Dann nehm ich mit dem rein. Sprengsätze an Steuerbord neutralisiert. Hab verloren. Jopp. Der Widerstand entkommt. Das Imperium hat auf Jakku verloren. Und fiel jetzt aus. Das Imperium hat auf dem Zug überlassen. Das ist einfach so ein einziger Klon. Das da sind noch 50 Kills. Ich geh hier auch raus, weil ich dich noch einmachen muss. Und ich möchte auch noch Verbesserungen reinmachen und so. Dann mach ich noch ne Runde Solo. Also du's, du's. Du's. Ihr wisst fast ich meine. Und. Ja. Wieso haben wir denn? Echt? Oh nein, shifted. An darf man was ausrüsten ausgerüstete Mods 2 die 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 das 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 3 aber Kann das? Ich geh doch an den. st oder er hat auch oder Eure in der Pistole und das ist die Karte stehen und sie kennenlässt Das ist ... Oh Gott. Ja, du bist so ne Fotze. Sie sind in der Nähe. Das spüre ich. Die Tür ist so. Gerade ist schwäche. Nehmt euch in Acht. Scheidet sie aus! Keinen Berseon ist das Problem gestorzen. Du gehörst mir. Wir sehen uns. Kein Problem. Stopp! Der Krieger! Er ist ein Meister der Dunkeln, die der Macht. ja ich bin es der aber ich bin jetzt muss die 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 Ich will dem nicht sein! Ich weiß auch was hier rum! So, Lixer. Mein Zolo ist nicht länger im Spiel. Oh, weg ist er. Ich weiß es einfach. Mach's so. Du bist ein Sniper. Bist du doch da? Okay, dann wird's halt immer wieder schwierig. Da müssen wir halt ein wenig kämpfen jetzt gleich. Hallo und ihr zwei Zuschauer. Wie ihr jetzt gleich sehen werdet werden. Ich fand der da. So, ich hasse diesen Sniper. Ganz vergesst. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Du willst mir nicht zu. Everybody. Ich spüre das Leben lang. So. Sag ich doch. Das ist ein Jedi Meister mehr erwartet. Aber der ist nicht zu. Ja, das hat jetzt genau gewacht. Registrierer erhöht der Wahrscheinlichkeit von Katastrophen und Fehlschläge. ist er doch einfach ein guter spieler bitte er hat es auch gegriffen dass er einfach schlecht ist ich bin irgendwie schon wieder müde ich hab da einfach um bin wieder ich oh der hat sogar den skin dafür jetzt sogar den skin den ich habe weil er einfach mega geil ist also die in den mega erbfocker das heißt ich muss auf den anderen gehen wenn ich wieder vollspray ein guter smash oder die gehen gar nicht raus weil die zu feige sind die sind draußen da ist ein booger ja boer fett ihr abfackende Hure sorry sagt man natürlich nicht blaster ja das war natürlich mega geil ja das war natürlich mega geil guck mir leid, der schafft es nicht weil der schlechte sind blaster sag ich doch wir haben verloren sag ich doch wir haben verloren alle einfach nehmen wir das und dann hat er auch noch mehr als oh ich kack ab ich bin eigentlich der bessere von dem zwei und was macht er ja genau ich habe mich bestimmt an wie eine missgeburt ich habe mich bestimmt an wie eine missgeburt ja so ist das dagegen boah das geht mich wieder zu kotzen und dann joda habe ich gleich wieder auf level 16 wenn ich den leider suchte ich will noch 14.000 4.000 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 5.000 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 jetzt noch mal was was noch nicht mal aussprechen hat sich auch an die Tatooie das ist ein Ja, lol Was? Ach man Ja, das ist so eine Abfacke, Mann. Sei doch mal ein cooler Spieler, Mann, du Missgeburt. Boss O6 Grandin. Was steht da? Boss O6 Grandin. Was für ein verfickter Name? Boss O6 Grandin. Keiner hat ausgewählt. Ich hab... Überlegender Verbündete auf dem Schlachtfeld eingetroffen. Ich hab nicht so gefahren. Ich hab' auch nicht so gefahren. Ich hab' auch nicht so gefahren. Ich hab' auch nicht verventionen. euer letzter Schüler wollte euch töten also nehme ich an, dass ich immer noch im Spiel bin Vorsicht, nicht übermütigt werden du übernimmst dich mein Freund dein Leben schwindet also, echt er geht euch eine weitere Chance bekommen ich bin so gleich am Ausfluten kann der überhaupt das? wenn du nichts kannst dann kannst du auch gleich das Spiel verkaufen aber weg und schmeißen die Niederlage steht von Mitte da bevor lass mich genug sein danke du gehst es einfach auf irgendeinen anderen Helden danke und jetzt spielst du normal der hört mich nicht, der hört mich nicht aber ich rede trotzdem so als würde ich mich nicht mehr aber sonst Leute, dann könnte ich mich besser aufregen das ist du bist schade hat klassen Das ist so ne Missgeburt. Wie kann man so schlecht spielen wie er? Nur weil er so ein Mixer ist, man. Also wenn Leute, wenn ihr mit so einem spielt, geht einfach raus zu wandern und macht einen anderen. So ist jetzt einfach abfuck, ich geh sogar auf Spielersuche. Boah, wie kann man so dumm sein? Und dann ist er schon wieder höher als ich. Ich leck mal. Ich hab mal in der ersten Folge von Tommy, auch ein YouTuber, hab ich mal geguckt. Bei einem Video. Na, die er zum allerersten Mal Dings spielt. Wer ist das? 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 Ich bin Klaus, du planen der Missgeburt. Egal. Als ob ich schon wieder mit dem zusammen spielen muss. Als ob ich schon wieder mit dem zusammen spielen muss. Boah, das ist so eine... Ah, ein guter Name. Dieser Typ da. So ein Arschloch. Ich schwöre, ich hab keinen Bock auf dir. Wenn der jetzt verkackt, dann ist das selber schuld. Wenn der jetzt verkackt, dann ist das selber schuld. Ich hab doch wech gehört. Saja, die haben schon runtergedrückt. Saja, die haben schon runtergedrückt. Du? Ich hab' mich runtergedrückt. Tja, die haben schon runtergedrückt. Warum ist mein Arschloch und ich glaubte mein Lieblingskind? Nur wegen dem verkacken wir. Weil der einfach so ein Mixer erinnert. In dem Fall wissen die, dass wir den Mixer nicht wollen. Jetzt versuch ich sie auch darunter zu holen. Und ich... Was ist das denn der Welt gebohrt? Er verkackt jetzt. Das ist eine Leistungsverwertung. So ein Wichser. Danke, Miss Geburt. Ich hoffe der Falle kackt. Ich hoffe der... Ich hoffe, dass der jetzt wieder stirbt. Ich hoffe ich kann das selber runterkicken. Ich will ihn nicht im Spiel haben. Der ist ein... Der ist so ein Null... Der ist ein Null, man. Der kann nichts. Niemand die Arbeit und der es hört sich. Was ist das für ein Kack? Und die trauen sich jetzt nicht nach draußen. Auf mein Zeichen! Da kommt ein tradishalischer Kopfgeldjäger! Der ist so ein Kack! Ich freue mich nicht so schlafen. Ich schlafe der Kack! Wenn man kämpft, erscheint einem das Leben einfach. Chaos ist ein einziger Verwinter. Ich dachte, es war ein einziger Ruhe gesetzt, Boss. Komm nicht her. Ab und runter. Jetzt habe ich mich jetzt aufwärtser gemacht. Eigentlich wollte ich runterspringen. Das macht keinen Sinn mehr. Wie kann so ein Wichser? Wie er? Bitteschön. So schlecht sein. Wie kann er dann auch noch höher als ich sein? Kann man so ein Wichser sein? So was ist doch nicht mal witzig. Was ist doch nicht so schwer? Ich muss doch nicht aufwärtser. Amen. 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 Es ist immer noch nicht der Fehler. Ich gebe es einen Schlag für die Ewigkeit. Mein Ziel. Reif dran, Kenobi! Bleib mit! Lauft! Die Sith sind allmächtig. Die Sith sind allmächtig. Du gehörst mir! Du gehörst mir! Ja, ich... Ich konnte nicht mal blocken. Ich konnte gar nichts. Ich war... Das... Ich hoffe, ich knall den jetzt. Hat der echt gut gemacht gerade eben. Die Gegner. Die hat der echt gut gemacht. Ba da... Ba da... Ba da da... Ba da da... Oh, die meine ich jetzt selber war. Oh, die meine ich jetzt selber war. Ich spüre seine Strahlen. Ich bleib bei den Messern. Ersteckte meinen Griff. Das war so schwer. Ich habe eine understeckende Ecke auf den Schleuchten. Oh! Oh! Das war so schwer. Das war so schwer. Das war so schwer. Das war so schwer. Das ist so gut. War irgendwie klar. Warum hab ich den nicht genommen? Die Börderung ist das Ziel, er hat noch mal eine Laune. Die Sorge. Die Sorge. Nämlich bin ich immer wieder aufgefahren. ich war einfach gehörtypen. Ich bin mir gut an. Nur wenn ich nicht gelaufen werde, du kannst. Ich bin nicht gelaufen. Ich habe nicht gelaufen. Ich bin doch richtig gelaufen. Die Macht ist stark, du wusstest nicht. Und ich bin der Kulli, johin. Oh, warte mal Gott. Doch, ich nehm den. Solltet ihr euch nicht hinter eurem Beister verstecken? Ich bin der Kulli, ich bin der Kulli. Ich bin der Kulli. Ah, ist doch gut. So gut, so gut. 12.690, die hat er echt verdient. Stolz auf so einem Team. Der ist gut. Mingraf, wenn jeder, jeder der mit dem spielt, ist es Zeit vor, dass ihr den habt. Sogar als Team, Team Spitzspieler. Schrauben, die sitzt halt. Und unten. Da. So für ihn haben wir eine Karte mehr Schadensreduktion und ok so ach ne kann ich noch nicht da ist der dritte dann warst du zum Video lasst ein Like da, Abonniere nicht vergessen ähm wenn äh ja Glocke aktivieren damit ihr nicht so verpasst das wäre natürlich mega geil ähm support ist kein Mord also das sind drei Sekunden die ihr bräuchert um zu abonnieren und die Glocke zu abonnieren und bleibt uns anzulassen ähm ja wenn ihr mehr von Star Wars sehen wollt dann ähm schreibt einen Kommentar äh schreibt rein wie ihr das ähm das schon gefällt und so und ähm ja morgens stimme ich natürlich weiter ist ja logisch und dann war's das von mir und ich sage mal ciao möge die Macht mit euch sein schreibt an jetzt guck 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 Vielen Dank.